wir ziehen jetzt einfach recht also 321 let's go das war zu erwarten naja einmal repundet pull sah schon ein bisschen goldig aus wir haben wir haben vorher gar nicht geguckt wir gucken jetzt mal ok also wir sind 8 im pt gewesen das heißt wir sind jetzt bei 18 zählt mit wir sind bei 18 dann machst du es dir auch so schwer ziehen da einfach 28 haben wir jetzt 28 ok verwohlen ist great sport nämlich immer gerne da ist schon mal die frau mit der wunderschönen stimme ja schönste stimme in ganz gänchen die haben wir gepult wundervoll das jetzt 38 will sie auch haben aber nur für die stimme wie fandet pull das ist so eine waffe die verstehe ich bis heute nicht es gibt kein charakter der die waffe benutzen kann mach ein single für das glück ne 48 48 wenn es so useless ist halt wirklich so irgendwann ja vielleicht gibt es irgendwann meinen charakter das kann ja ok da meine c1 ist ok bin ich jetzt nicht drauf scharf und erstmal high rise wunderschönen guten abend hier lernen zählen ich kann weder zählen noch mathe ich kann nur pullen 58 58 c4 gibt schilder ist mir egal spiel die eh nicht die ist nur gut weil sie pyro ist und tolle reactions machen kann verwohlen ist warbo den nehme ich sehr sehr gerne also ich hätte jetzt schon drei falls was gehabt ja eben ich nicht 68 was da los als mein mein übliches lack sag immer so c2 wundervoll der nächste aber nochmal gucken so pitty noch ein refunded pull ich habe regenschnitte und her geworfen bekommen mein pullen regenschnitte nämlich lieber als als jetzt so wahrscheinlich von 0,1 prozent kann man schießt ziehen so dass jetzt 78 keine die ohne bis jetzt stimmt über gut nach wohnen ist dort nämlich auch sehr gerne so far sind wir komplett noch free to play dabei so 88 da ist er jetzt aber ja aber ich sag ja es ist schon wieder fast hart pitty ne nein da ist er wunderschön easy going kein cent ausgegeben dafür so das waren die puls meine freunde